Die Versorgung liegt in Allahs Hand. Das muss jeder Muslim, Muslima wissen. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Jede Lebewesen auf dieser Erde wird von Allah, subhanahu wa ta'ala, versorgt. Allah ist hier Versorge. Einer der Namen Allahs, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, der Versorger, subhanahu wa ta'ala. Das müssen wir im Herzen tragen. Noch ein Punkt. Es gibt Asbab, Asbab heißt Gründe, wie die Versorgung sich vermehrt. Es gibt Asbab für die Verringerung der Versorgung. Und das liegt an dir selbst. Ich erinnere mich an die Aussage von Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumma. Und ich glaube fest daran, Alhamdulillah, dass das, was ibn Abbas sagt, ist Haqq, ist die Wahrheit. Wir haben es selber auch alle erlebt, denke ich mal, auf eine gewisse Art und Weise. Einer der, beispielsweise, und das ist einer der Gründe für die Verringerung des Rizqs, von Rizq, ist Al-Ma'asiyah. Versorgung. Ist Al-Ma'asiyah. Die Sünde. Die Ungehorsamkeit. Ibn al-Qayyim hat es in seinem Buch geschrieben. Das Buch heißt Al-Jawab al-Kafi. Al-Jawab al-Kafi. Leman salle an al-Dawa' al-Shafi. Das heißt, das heißt, die ausreichende Antwort für den, der sucht nach heilenden, sagt man das, al-Dawa' al-Shafi, eine heilende Medizin. Oder al-Dawa' 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 al-Medizin. In diesem Buch hat Ibn al-Qayyim auch darüber geschrieben, dass die Sünde, die Ungehorsamkeit, beispielsweise, wenn eine Frau sagt, ich ziehe mein Hijab aus, um versorgt zu werden. Hier sie versucht durch eine Ma'asiyah, durch eine Ungehorsamkeit gegenüber dem Versorger, Allah, der die Versorgung in seiner Hand hat, ihn zu widersetzen, um an seine Versorgung ranzukommen. Wie geht das? Okay. Hier sagt Ibn Abbas, inna lil ma'asiyah athar. 5, 5. Die Sünde hinterlässt fünf Spuren. Eins davon, a'udhu billah, sawadun fil wajih, Allahumma hafadna, Rabbin alamid. Schwerze im Gesicht. Dann sagt Zulmatun fil qalb. Zulmatun fil qalb. Allahumma hafadna, Rabbin. Dunkelheit im Herzen. Haben wir vorhin erwähnt, dass für jede Sünde, die du begehst, ein schwarzer Punkt, ein schwarzer Fleck fällt auf dein Herz und schwarzt das Herz. Bis komplett schwarz wird. Möge Allah uns bewahren. Dann bildet sich eine Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die das Herz, a'udhu billah, die Vision, wie sagt man das, verhindert. Sodass er die Wahrheit nicht mehr erkennen kann und die Lüge, also die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Und so, dass er die dann verschiedene, natürliche, falsche Befehle austeilt. A'udhu billah. Dann sagt Zulmatun fil qalb, also Dunkelheit im Herzen. Dann sagt er A'udhu dhu'afun fil badan au wahnun fil badan. Was heißt wahnun fil badan? Körperliche Schwäche. Kann sein, du bist Maschallam Bodybuilder und du siehst kräftig aus und Maschallam breit im Kreuz, hast du auch. Aber du bist schwach. Du hast nicht die Kraft. Das ist, die sagen die Gelände, Allah nimmt dir den Mut weg. Hast keinen Mut mehr. A'udhu billah uns bewahren. Dann sagt er hier, und das ist der wichtigste Punkt hier, وَذِيقٌ فُرْرِزْقُ und Verängerung oder Verringerung der Versorgung. Das heißt, die Person, die versucht, durch falschen Mitteln, A'udhu billah, an Versorgung ranzukommen, Allah verringert ihr Versorgung. Allah bestraft diese Person, indem er seine Versorgung verringert. Und Allah subhanallah hat uns gezeigt im Qur'an, A'zzeh und Juhl, Womenn Yattaqillah, Yajj'aallahu makhraja. Waw yarrzukuhu, min haythu la yahtasib. Das sind Asbab, ziyadat الرizq. Allah sagt, Und derjenige, ob Mann oder Frau, und dieserjenige oder diejenige, die Allah fürchtet, natürlich hier kann man Taqwa nennen, sage ich mal ehrlich so, versuche es zu erklären, weil Taqwa und Khashya zwei verschiedene Sachen sind. Taqwa und Khashya, zwei Worte. Khashya ist die Furcht für Allah. Und Taqwa kann, wenn manche Alam sagt, sich hüten vor Allah. Wie kann ich mich hüten vor Allah? Indem ich mich vor dem hüte, was Allah verboten hat. Ich baue zwischen mir und das, was Allah verboten hat, das, was Allah, subhanahu wa ta'ala, azzawajal, eine Trennwand. Ich vermeide es einfach. Wie Allah sagt, wa la taqrabu zina, beispielsweise. Wie denn? Mein Alam hat sehr schön einfache Worte erklärt, sagt beispielsweise, zina ist auf dieser Straßenseite, du gehst auf der anderen Straßenseite. Vermeid es komplett, so vermeidest du alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, und das ist Taqwa Allah, azawajal. Hüte dich vor den Verboten. Vermeide sie einfach, bi-idnillahi, subhanahu wa ta'ala, dann bist du einer der besten Diener, Allah, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, und diejenigen, die sich hüten vor Allah, subhanahu wa ta'ala, das heißt, die Taqwa, alhamdulillah, die besitzen Taqwa, und die fürchten Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Allah wird dir von jeder Blockade einen Ausweg geben. Für jede Schwierigkeit, die du hast, wallahi, Allah wird dir einen Ausweg geben, subhanahu wa ta'ala. Aber die Voraussetzung ist was? Taqwa Allah, azawajal. Taqwa zu Allah. Arbeite daran, hüte dich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, hüte dich vor Sünden, vor alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Streng dich an. Allah hat dir etwas versprochen. Und es gibt niemanden, der sich, der sein Versprechen hält wie Allah, azawajal. Was macht Allah? Für jeden Problem hast du eine Lösung. Für jede, alhamdulillah, Blockade hast du einen Ausweg. Und dann sagt Allah, dann noch dazu als Bonus, وَيَرْزُقُهُ مُنْ حَيْتُ لَيَحْتَسِبُ Und Allah wird ihm versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Und das sind die Worte von wem? Von Allah, subhanahu wa ta'ala. Soll ich jetzt meinen Nafs glauben und Schaitan glauben, der mir sagt, Sündige, begehr eine Ungehorsamkeit, um an Rizik ranzukommen, oder soll ich auf Allah mich verlassen, subhanahu wa ta'ala, und dann fattig auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich glaube, ja, Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, azawajal. Nuch, eine Weitere Grund für Rizik. Und das ist, Wallahe, العazim, حق. Ich sage, inna, was an Hadeithu, Nura Sallim. Man lesee, mal istigfar, jعل Allah له, من كل ذيق مخرج, ومن كل همن فرج, ورزقه, من حيث لا يحتسب. Subhanallah, azawajal. Das ist die Person, also an Luzum, yani, was heißt Luzum, الاistigfar. Es heißt, ständig Allahum vergeben zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Wie sieht diese Istighfar aus? Es gibt verschiedene Arten. Entweder du sagst, أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ Oder es gibt ein anderes eine bestimmte Medizin, aber er gibt ja auch eine Dosis noch dazu und die Dauer, die Dauer der Medizin, wie oft du sie nehmen musst, wie oft täglich und wie viele Monate beispielsweise oder Jahr. Warum? Weil dann haben wir ein Ergebnis, Heilung. Genau so ist das Problem der Ummah. Er macht ein, zwei Tage Istighfar und sagt, ich habe nichts gesehen. Nein, sagt der Russi أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ Und nicht nur aus der Zunge. Vorsicht! Das Herz muss Allah vergeben. Da erinnere ich euch kurz im Buch der Tadkir von Al-Qurthubi Er hat geschrieben über Sayyidina Ali hat gesehen, dass jemand nach dem Gebet Istighfar gemacht hat. Es gibt heute, wir hören, verzeiht mich, über niemand lässt inshaAllah es ist nur als Erinnerung. Sayyidina Ali radiyallahu anh sei jemand nach dem Gebet Istighfar macht. Das heißt, es gibt heute Sachen und istighfar. So schnell dass du nichts mehr verstehst und nichts begreifst, sein Verstand Allahu A'lam schwebt im Universum. Sein Herz im Universum und spaziert in der Küche bei der Familie zu Hause und seine Zunge ist bei Allah. A'udhu billahi und das war's. Ich habe Allah vergeben, ist die Sache erledigt. Nein. Sayyidina Ali guckt den Mann an und sagt, ja Fulan, mach nochmal Istighfar. Der Mann macht wieder Istighfar. Aber wieder auf die gleiche Art und Weise die nicht richtig war. Dann immer wieder Istighfar. Dann Sayyidina Ali hat ihn angeguckt. Den Satz finde ich sehr schön, Subhanallah. Er sagt, ja Fulan, inna istighfaraka yahtaju ila istighfar. Verstehst du? Er sagt, deine Art, wie du Allah um Vergebung bittest, braucht selber Allah um Vergebung zu bitten. Das heißt, das ist falsch. Das heißt, du musst Allah um Vergebung bitten für die Art und Weise, wie du gerade Allah um Vergebung gebeten hast. Subhan Rabbil Alamin. Nicht jeder, der Istighfar mit der Zunge macht, hat Allah Istighfar bei Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Das heißt, hier istighfar Al-Luzum erstmal ständig Istighfar zu machen, auf Dauer Istighfar zu machen und nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Herzen noch dazu, bis du spürst, dass dein Herz wirklich bedauert und bereut auch die Sünde und stell dir jedes Mal beim Istighfar die Sünde vor, die du gemacht hast, bis dein Herz gebrochen ist für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du es soweit irgendwann mal schaffst, bei Istighfar eine Träne zu vergießen. Also, Istighfar, das haben wir gesagt. Vermeide die Sünde, dann wird Allah deinen Herz nicht verringern, inshaAllah. Und er wird fürchte Allah, hüte dich vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah den Ausweg geben, von jeder Blockade und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich, dir vor jedem Problem eine Lösung gibt, für jede Sorge eine Lösung geben, inshaAllah. und er erleichtert seine Angelegenheiten und man yattaqillah jiaja'al Allah luhu min amri yusra. Das heißt, Allah sagt, derjenige, der sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, was macht er mit ihm? Allah wird ihnen in all seine Angelegenheiten einen Weg einer Erleichterung gehen. Allah erleichtert alle seine Angelegenheiten. Aber, das heißt, die Ulema sagen, die Person, die kein Taqwa besitzt, Allah erschwert seine Angelegenheiten. Allahumma abhazum wa ta'ala Das heißt, vermeide die Sünde, fürchte Allah, hüte dich vor Allah, hüte dich vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und halte dich an Istighfar, an die Bitte um Vergebung, wie wir vorhin gesagt haben, dann hast du diese, mashaAllah, Voraussetzung, dann hast du diese diese Früchte von deinem Istighfar, man lese mal Istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hemmin faraja für jede Sorge, die du hast, Allah wird dir eine Lösung geben, inshaAllah. Für jede Blockade ein Ausweg und min kulli dhikhin makhraja dann kommt wa razaqahu man haythu laihtasim dann wird Allah ihn versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Es sind nicht genug, subhanallah, Gründe da, wie wir, inshaAllah, rabbil alamin, unsere Rizik an unsere Rizik rankommen, dass unsere Rizik sich vermehrt und nicht verringert bidden Allahi azzawajal. Dann, ich erinnere euch an eine Geschichte von Hassan al-Basri, rahimahullah. An Hassan al-Basri saß, kommt ein Mann, sagt, ja, Hassan, ja, Aba Sa'id, sagt er, subhanallah, unsere Erde ist betroffen von Dürr. Sag, geh und bitte Allahum vergeben. Halte dich an istighfar. Kommt der Nächste, meine Frau gebärt keine Kinder. Halte dich an istighfar, sagt er zu ihm. Das ist Medizin, ihr wollt Medizin. Er hat nicht gesagt, geh zum Arzt. Hier hast du eine Heilmittel, die islamische Heilmittel. Wallahi al-Azim, Wallahi subhanahu wa ta'ala, wenn man fest daran glaubt, Allah gibt die Lösung. Und Allah versagt dich. Da ist ohne Zweifel. Dann kam der Dritte und sagte, subhanallah, wir haben kein Geld, wir sind arm. Sagt er, geh und halte dich an istighfar. Bitte Allah ständig und vergeben. Ein anderer, der neben ihm saß, hat das mitbekommen, sagte, die Leute kamen mit drei verschiedenen Probleme. Du hast alle drei die gleiche Lösung gegeben, sagt er, hast du nicht gehört, was Allah sagt? Hast du nicht gehört? Resulat Nuh alayhisselam Ittaku rabbakum, istagfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilu'ssema'a alaykum midrara, wa yamdudkum bi amwalin wa banin. Sagt er, hast du gehört, was Allah sagt? Istagfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, subhanahu wa ta'ala. yursilu'ssema'a alaykum midrara, regn, wa yamdudkum bi amwal, besitz, wa banin, kinder. Sagt er, hast du, das ist die Lösung, die steht im Koran. Das heißt, wir haben Medizin in Allahs Buch. wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmah lil mu'minin. Das heißt, die Person, die glaubt an das, was im Koran steht, glauben ohne Zweifel, die Yaqin, die Gewissheit zu haben, das, was Allah sagt, ist Haq. Ist die Wahrheit. Ich vertraue auf das, was Allah sagt, weil das die Wahrheit ist. Allah sagt, dieser Koran ist Heilung für diese Leute und Gnade und Barmherzigkeit für diese Menschen. Aber nur die, die daran glauben. Aber hier zeigt Allah die Lösung. Ist da für Rabbakum. Bittet euren Herren um Vergeben. Wahrlich, er ist allvergeben, subhanahu wa ta'ala. Ghaffara, ala fa'il fa'ala, das heißt, in übertriebener Form. Allah ist allvergeben. Er vergibt alle Zünden, subhanahu wa ta'ala. Kehr ist er zurück, Allah vergibt. Allah sagt dann, Anna inna Allah yuhibbul awwabin. Wer sind die Awwabin? Abba, yani raja'ah. Allah liebt, die immer wieder zurückkehren, subhanallah. Sayyidina Ali sagt, das sind diejenigen, die eine Sünde begehen und Ghaja zeigen. Wenn wieder Sünde begehen, dann Ghaja zeigen. Allah liebt sie. Subhanallah. Allah ist rahim, azza wa jalla. Da verlieren wir die Hoffnung. Wallahi al-Azim, man darf Allah nicht die Hoffnung verlieren. Subhanallah. Dann sagt, was macht er, subhanallah, wenn du Allah um Vergebung bittest? Yusuf al-Sama'u alaykum midrar. Allah wird dann auf euch Regen schicken, von Himmel auf Erde. Und Regen ist lebend für die Erde. Diese tote Erde, die von Dürre betroffen ist, Allah lässt sie wieder leben. Dann, wa yamdudkun bi Amwal. Bis arm, Allah wird dich versorgen mit Besitz. Hier, hast du Geld, Besitz, was du brauchst, Abdi. Dann, was kommt noch dazu? Wabanin. Teine Frau gebärt keine Kinder. Hier sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, halte dich in Istagfar, teine Frau wird Kinder bekommen. Und Wallahi, so was haben wir in unserer Zeit erlebt. In unserer Zeit, in vielen Fällen, Frauen rufen Ulema an, meine Frau ist Aqr, sie bekommt keine Kinder. Sag, halte dich in Istagfar und Nachtsgebet. Sechs Monate danach, die Kuh ruft an, ich bin schwanger. Wer hat das gemacht? Allah azizajjah. Welche Mittel? Bitte Allah vergeben, subhanahu wa ta'ala. Und, kehre ich zurück zu der Aussage von Ibn Abbas, radiallahu anhumma. Da hat er gesagt, auch, die gute Tat hat fünf Früchte. Sagt, Licht im Gesicht, Helligkeit im Gesicht oder Weiße im Gesicht. Das heißt, Allah lässt dein Gesicht strahlen, alhamdulillah. Dann, sagt er subhanallah, Licht im Herzen. Dann sagt er, körperliche Kraft, Allah gibt dir Kraft, auch wenn du so schmal bist, auch wenn du so dünn bist, ja, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, lieber Abdullah ibn Mas'ud, als Sahaba ihn gesehen hat, wie er die Palme hochgeklemmert hat, seine Beine waren sehr, sehr dünn. Sahaba haben gelacht. Ja, haben gelacht. Und dann, er sagt, lacht über seine Beine, sagt, So viel wiegen sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was macht das aus? Der Iman. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an. Dann, dann kommen wir zum Punkt, was wir brauchen ist, wasi'atun für Rizq. Und weiter in der Versaube. Das heißt, Allah azza wa jall erweitert deinen Rizq durch die gute Tat. Und wenn du in einem Unglück steckst, dann müssen wir heute wissen, die Lage der Ummah. Sayyidin Ali sagt, Jeder Unglück, der auf diese Erde kommt, ist nur durch eine Sünde heruntergekommen. Und er wird wieder hochgehoben von Allah durch Goya. Das ist mein Nasih an die Ummah. Kehrt zurück zu Allah. Verbessert euch. Wie ein Tabai sehr schön gesagt hat. Also verbessere die Lage zwischen dir und Allah. Dann wird Allah deine Lage zwischen dir und den Menschen verbessern. Also die Probleme liegen wo? Bei uns. Ummah Muhammad s.a.w. muss wahrhaftig, aufrichtig zurückkehren zu Allah s.w.t. Und unsere Lösung, Allahil Adim, kann keiner lösen außer Allah s.w.t. Und hier ist eine kleine Geschichte von Scharikh al-Balkhi, rahimahullah. Ein bekannter Tabiri. Tagelang nicht viel Essen zu Hause, die Kinder sind fast am Verhungern. Die Mutter hält aus, alhamdulillah. Wir wissen, die Frauen, mashaAllah, haben Allah ihnen wirklich eine psychische Kraft gegeben, mashaAllah. Dass sie sogar die Geburt schon, die Schwangerschaft, die Geburt tragen können, das ist wirklich eine Wunde, Allah s.w.t. die eine Frau gemacht hat. Dass die haben Stärke zum Aushalten, mashaAllah, Ausdauer, manchmal mehr als Männer, subhanAllah. Dann kommen wir zu dieser Scharikh al-Balkhi, seine Frau sagt, wir können aushalten diesen Durst und diesen Hunger, aber deine Kinder schaffen es nicht mehr. Tu was. Er erinnert sich, subhanAllah, an einem Freund. Dieser Freund hat ihm gesagt, egal was du brauchst, komm einfach zu mir. Schau mal, subhanAllah. Allah sagt doch im Qur'an, Abdi, wenn du nicht brauchst, ich bin nah. Stimmt oder stimmt das nicht? Und wenn du dich fragst, ich bin nah. Allah ist da. Allah ist nah. SubhanAllah. Warum bänden wir uns nicht zu Allah? Zweifeln wir an Allahs Versprachung, subhanAllah. Möge Allah uns bewaren. Scharikh al-Balkhi, unterwegs, geht an die Moschee vorbei. SubhanAllah. Sagt er, ich mache zuerst zwei Raka'at, dann gehe ich zu meinem Freund. Geht in die Moschee rein, subhanAllah, betet zwei Raka'at, kurz nach den zwei Raka'at ist eingeschlafen. In diesem Schlaf, eine Stimme spricht zu ihm, subhanAllah, hada min Allah, ru'ya min Allah. Und ru'ya is haqqa im Islam. Sagt, ya Shaqiq, tadullu al-Nasa alayya wa tansani. Allahu akbar. Allah sagt, ya Shaqiq al-Balkhi, du gehst zu den Menschen und weist die Menschen auf mich drauf hin, darauf hin. Das heißt, du rufst die Menschen zu mir, damit sie mich bitten, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben und du vergisst mich, das heißt, du gehst mit deinem Freund und vergisst du mich, weil er direkt vorhatte zu gehen. Dann sagt, bin ich aufgewacht nach diesem Ruf und ich hab mir vorgenommen, nicht zu ihm zu gehen, weil ich mir dachte, Allah subhanAllah, genügt mir, Aziz Al-Jajm. Sagt, dann bin ich nach Hause zurückgegangen, sag, Wallahi, mein Freund, den ich vorhatte, zu ihm zu gehen, war bei mir zu Hause und hat mehr gegeben, als ich verlangen wollte. Wer ist der Gebende? Allah, auf ihm allein musste die Ummah sich heute verlassen. Es gibt einen anderen, viele Geschichten, das war von Sa'id ibn Jubeir, Rahimahullah, Sa'id ibn Jubeir, ist sehr bekannte Tabi'i, Masha'Allah, der vom Hajjaj ibn Yusuf gerüttet wurde. Sa'id ibn Jubeir war bekannt, dass seine Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tag und er hat einen Hahn dick, dick, ein Hahn bei sich zu Hause, der immer subhanallah ihn zum Gebet weckt, Nachtsgebet weckt, durch diese Geräusche, die er macht, diese Töne, die er macht. Wie heißt das auf Deutsch? Hayrinsham, jeder weiß, was ein Hahn macht, Alhamdulillah. Tawib, sagt, eines Tages, eines Nachts hat dieser Hahn subhanallah ihn nicht geweckt. Dann Sa'id ibn Jubeir sagt, qata'allahu sa'utat. Also wenn der Hahn er kreit jede Nacht, subhanallah, aber in dieser Nacht hat er es nicht gemacht, so dass Sa'id ibn Jubeir nicht nachts aufstehen könnte, um Qiyam al-Layl beten zu können. Dann ist Sa'id ibn Jubeir sauer geworden und sagt, qata'allahu sa'utat. Das ist so eine spontane Dua. Möge Allah dir deine Stimme nehmen. So ungefähr. Und subhanallah sagt, die Frau von Sa'id ibn Jubeir sagt, ab dem Tag hat dieser Hahn nicht mehr gekreit. Gekreit heißt es ab dem Tag subhanallah und sagt, wir haben ihn nicht mehr gehört. Dann sagt die Frau von Sa'id ibn Jubeir zu Sa'id ibn Jubeir, du darfst gegen keinen mehr Dua machen. So stark sind die Leute damals gewesen im Dua zu Allah subhanallah und es gibt mehrere Geschichten subhanallah und es gibt sehr viele Dua, sehr viele Geschichten. Der Mann hat es spontan gesagt vom Herzen, aber das ist ein Beweis, dass ein Bittgebet erhört wird von Allah subhanallah und es gibt so viele schöne Geschichten, das heißt Allah ist nah, Allah ist da, ruft zu Allah subhanallah und man sagt das Bittgebet ist die Waffe des Mu'min. Stimmt? Das heißt, das ist zwischen dir und Allah, du brauchst nur die Hände hoch zuheben zu Allah, richtiges Essen, gutes Essen, Halal Essen, wende dich in der Zeit, wo, es gibt Zeiten, wo Allah die Bittgebet erhört. Mach richtig zum Gebet geht zwei Raka'at beten im Sujud, im Niederwerfen Wir haben heute so viele Mittel von Allah, aber wir vergessen sie oder wir vertrauen nicht darauf subhanallah und das ist Gefahr, das Zweifel und das kann den Mu'min sogar fast aus dem Islam rauswerfen. Möge Allah uns bewahren. Kein Zweifel, das muss mit Gewissheit verrichtet werden. Das ist der Sohn von Az-Zubayr ibn al-A'wam radiyallahu anh sah wie ein Mann betet und es der Fall von vielen Muslimin heute leider. Möge Allah sie bella. Er sah wie er das Gebet so pickte wie ein Haar. Das heißt im Sujud ganz schnell runter und wieder hoch. Ur ibn al-Zubayr nachdem der Mann fertig war geht zu ihm und sagt oh man sagt da hast du nicht einen Wunsch den du Allah fragen willst. Willst du nichts Allah fragen im Sujud? Das heißt du bist gerade an der Quelle. du verpasst vieles. Du bist bei Allah und Ras-Sallam sagt aqarabu ma yakunul abdu marrabbihi wa huwa saajid fa akthiru du'a au kama qala sallallahu 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 sallam sallallahu 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 sallahu sallallahu 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 sallahu sallallahu sallallahu sallahu sallahu s Wenn du Dua machst, wenn du Allah bittest, weil warum du dich über Dua hast, ist einer auch ein Grund für die Versorgung. Wenn du ständig Dua machst. Die Ulema haben ein sehr schönes Beispiel gegeben. Dieser Beispiel ist wie ein Baby, der weint. Seine Mutter ist gerade beschäftigt mit etwas anderes, er weint. Er will sich auf irgendwas drauf aufmerksam machen, stimmt? Er hat Hunger, er hat Durst, er weint. Er weint, bis sie alles liegen lässt und geht zu ihm und stillt ihn. Dann ist er zufrieden. Genauso bei Allah, sagen die Ulema, müssen wir bei Allah weinen. Weinen, weinen, wie das Baby so oft weint, bis die Mutter ihn stillt und ihn zufrieden stellt. So weinen wir bei Allah. Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn du weinst und Allah bittest, klopfst du an die Tore des Himmels. Taqqara'u abu 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 saman. Du bist am Anklopfen. Natürlich, das muss mit Demut sein, das Herz muss sich zu Allah wenden, subhanahu wa ta'ala. Du klopfst in den Toren des Himmels. Bei wem? Bei Allah. Und Abu Dardaruddin sagt, derjenige, der ständig anklopft im Himmel, es steht kurz bevor, dass die Toren sich für ihn öffnen. Verstehst du das? Gebe nicht direkt auf. Und da gibt es ein Hadith, der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen liebt und der bittet Allah ständig, Allah gibt dir nicht direkt seine Sache. Warum? Weil Allah dich hasst? Nein. Denke nicht so von Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist gutes Denken von Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah gibt dir noch nicht. Warum? Nicht, weil er dich hasst. Nein. Allah sagt zu Jibril, ja Jibril, erledigen noch nicht seine Sache. Ich liebe es, seine Stimme zu haben. Was für eine Ehre ist das? Dass Allah seine Stimme hören will. Und dann später kriegst du deine Sache. Und wenn nicht, kriegst du etwas Besseres von Allah, subhanahu wa ta'ala. Auch wenn es sich hinaus zögert, die Antwort wird kommen, weil Allah es versprochen hat. Allah hat es versprochen, subhanahu wa ta'ala, zu antworten. Und niemand hält sein Versprechen wie Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jala. Also bittet Allah, subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele, wallahi, schöne Geschichten, subhanahu wa ta'ala, Es gibt einen Mann, der war ein Götzenanbeter. Und dieser Mann, a'udhu billah, er macht tawakum sein Götzen. Und natürlich, der ruft, ja Sanam, Sanam ist ja das Wort für Götzen, a'udhu billah, ja Sanam, gib mir das, ja Sanam, versorge mich, ja Sanam, heile mich. Ja Sanam, a'udhu billah, iman ghadab billah. Und es gibt ja einen Fitra in den Menschen. Die menschliche Veranlage. Fitra. Allah, subhanahu wa ta'ala, dieser Mann, subhanallah, aus Feila, wegen der Fitra, die in ihm steckt, er sagte, ja Samad. As Samad hu alladhi tasmudhu ilayhin nasli qada'i hawa'iji. As Samad ist Allah, azza wa jal. Was heißt Samad? Das heißt, Allah ist derjenige, zu sich alle Geschöpfe wenden, damit er ihre Angelegenheiten erledigt. Wir lesen oft, wir verstehen sie nicht. Das alles ist von ihm abhängig und das wissen die Menschen, deswegen müssen sie zu ihm, subhanahu wa ta'ala, weil sie wissen, dass er die Angelegenheiten erledigt. Azza wa jal. Aber viele wissen es, aber wissen es eigentlich nicht. Sie wissen es mit dem Kopf, aber sie haben keine Gewissheit und Überzeugung. Der Mann aus Versehen sagte, ja Samad, Allah sagt, labbayka abdi. Und das war Zeit von Musa, Musa sagt, ja Rabb, er hat das aus Versehen gesagt. Er meint dich nicht, ja Allah. Allah sagt, gibt es einen anderen Samad, der antworten wird außer mir? Allahu akbar, rabbal al-alamin, subhanahu wa ta'ala. Also liebe Geschwister, wendet euch zu Allah. Inshallah, vielleicht, wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, da werden wir, Inshallah, ein Darst machen über das Bittgebet im Islam. Ausführlich, mit schönen, wahren Geschichten im Islam, damit wir daraus lernen. Wallahi al-Azim, und ich schwöre über Allah, letzte Drittel der Nacht, aufstehen, Tränen vergießen, Allah löst Allah eure Probleme. Sucht nicht, a'udhu billah, die Lösung in der Ungehorsamkeit Allah, subhanahu wa ta'ala, denn damit erweckt man nur den Zaun Allahs, und Allah bestraft dann, a'udhu billah. Und eins muss man auch verstehen, wenn du alles Muslim wenig von Allah bekommen hast, heißt das nicht, dass Allah dich hasst. Nein. Und wenn du siehst, dass Allah jemanden gibt, der vielleicht Kafer ist, oder der ein ungehorsamer Diener ist, und du siehst, Allah gibt in viel Dunya, denke nicht, dass Allah ihn liebt. Wir haben andere Maßstäbe im Islam. Das ist ein Hadith von Rasulullah, wenn du siehst, das ist nur eine Erinnerung von meinen Geschwistern, damit die nicht aufgehen, wenn er sieht, Allah, subhanahu wa ta'ala, den Ungehorsamen für seine Sünden das gibt, was er liebt, dann glaubt nicht, dass Allah ihn liebt, sondern das ist eine Abstufung für ihn. Das heißt, Allah, subhanahu wa ta'ala, gibt ihn, damit er weiter daran glaubt, dass Allah ihn liebt, sagt, ich mache ja Sünden, Allah hat mich nicht bestraft, sondern er gibt nur das, was ich liebe, das heißt, Allah liebt mich, also ich mache weitere Sünden, und er vergisst aber, je weitere Sünden er macht, desto mehr Strafe erwartet in Yawm al-Qiyama. Also, liebe Geschwistern, wenn ihr nicht wisst, fragt Alhamdulillah Rabbil Alameen und möge Allah immer uns subhanahu wa ta'ala die passenden Antworten geben. Wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, ashadun la ilaha al-an, astaghfirullah wa atubilik.